Ich bin hier mit Marianne. Du hast jetzt den Wipeout wiederholt. Du hast den auch online gemacht. Wie war jetzt dieser Mix? Das war ganz anders. Das war viel besser. Das war einfach energetisch. Man lernt die Bewegungen richtig und das kann man im Weitbild nicht. Weil man es nicht spürt. Weil man nicht weiß, wie man es macht. Und wenn man es jetzt richtig macht, dann wird es immer besser. Wird immer besser. Aber online war doch auch super. Ich habe das ganz toll gefunden, dass wir so viel Zeit hatten. Zum Vorbereiten immer super. Ich liebe, dass wir immer authentisch sind. Also online ist schön. Da Zeit zwischen mir ist sehr schön. Aber in Person, das ist eine ganz andere Energie. Die perfekte Erkenntnis. Ich denke, die Zukunft ist die Mischung, oder? Ja. Okay. Danke Marianne. Ciao.